So, da sind wir wieder bei Let's Play GTA 4 Multiplayer mit dem Zock Commander und dem Kursil Peace Los geht's Ich höre schön was die die Sonnefänge im Hintergrund so lässt sich dev-match gut machen Los geht's Los geht's, auf geht's So So, jetzt machen wir den Kursil fertig Jetzt geht's auf die Schnauze, ich komm mit Molotow Cocktail Danach, äh, machen wir Ziggurat Ziggurat Ey, nimmst du einfach mal den Gabelstapler Ich liebe Bei nem Wort, ne Nein, ich nehm nicht den Gabelstapler, sondern den Löffelstapler Genau Ne, den Tellerstapler So, ich fahr hier einfach mal raus Was? Den Hochstapler Den Hochstapler, ja Kursil kommt Hat denn den Sniper Kursil hat den Sniper Oh nein Sniperboy Alter Geier, man, nicht so Wird ein Camper Camper, ich hasse die Camper Egal wo, wenn ich COD zauke Ich reg mich so auf über dir Ja, in Max Payne 3 auch Ja Wie ist eigentlich der Multiplayer von Max Payne? Also ich finde, der macht so viel Spaß Also man kann noch ein Bulletin mit Multiplayer verwenden, was sehr schön ist und alles Ja, gehört ja auch dazu Von daher Ja, das ist auch sehr gut umgesetzt im Multiplayer Ja Von, okay Und wie ist das so? Also Team, geht es da Team Deathmatch oder was gibt es da für Spielmodi? Team Deathmatch, da gibt es auch so eigene Modi Wo du dann halt zum Beispiel Also das ist Gang Wars Da musst du dann zum Beispiel Die Taschen zum Ort bringen Also und Checkpoints einnehmen und so Ist alles sehr nice Okay Du kannst dir mal das letzte Play anschauen Also kurz reinschauen Da kläre ich diese Sachen anfangs, glaube ich Und das bin zum Anfang selber raus Ja Wie senkt man eigentlich nochmal den Gabelstapler ab und so Das geht doch, oder? Das geht im Grunde an Andreas Und dafür geht es nicht Ich werde von dem Ding zerdrückt hier Hast du es gesehen? Nee Alter, ich muss übel laufen, ne, bis ich euch Lol, er geht hier auch hoch Ah, nee Du bist nicht gerade an die Leiter gegangen Ich höre jetzt gerade Gold von Spandau Ballett Okay So Fuck, ich hätte gerne Sniper Aber hier ist keine Wieso hat dann Corsi denn eine? Keine Ahnung, Cheater Komisch Nein, mal Du hast, du benutzt den Trainer Äh Wirklich nicht Ja Warum versteht der sich da? Ah, du ballerst auch Irgendjemand ballert auf mich Ich hab's gerade gehört Nein Oh Gott, ey Guck, wie er drauf Gibt's doch nicht diese blöde Deckung Der ist so unfähig, richtig Deckung zu nehmen Lol Wie der gerade einfach mal so durch die Röhre ist Hier an der Leiter Wie geil Einfach nur Hammer Guck mal Guck mal, wie er guckt, wie er wartet Corsi, du nimmst jetzt die SMG Die sind nämlich scheiße unfair Bei Flughafen war doch auch so Ja, das war aber ohne Aufnahme Du Geier, ey Penner Du triffst mich Mann Wohan so unehrlich Was? Mann Shit, ey Shit happens, sag ich da nur Leute, wir sind hier immer noch im Spiel, ey Leute, chill mal Ja, du riech mich trotzdem auf Ich hätt' gern auch Ich hätt' gern auch so viel Skill wie du Ich hätt' gern auch so viel Skill wie du Ja, ich auch Was hast du für ne Maus, Brasil? Hä? Was hast du für ne Maus? Eigentlich eine ganz, ganz normale WTF? Also... Ich hätt' dich interessiert, was ich für eine hab' Ich hatte eigentlich ne Sharkoon Fireclider früher Kennste die? Die hab' ich, die hab' ich auch Die hab' ich Die ist geil, die hat bei GameStar am besten abgeschnitten für den Preis früher mal Ja Also richtig gutes Preis-Leistungsverhältnis Aber ich hab' mich mal so aufgeregt bei COD Da hab' ich mir die Maus in die Hand genommen Und voll auf den Tisch geschlagen Und dann war die am Arsch Logischerweise Aber, ja Es war's wert Die neue, ähm, Sharkoon ersetzt Draconia Ok, Draconia Ja, die ist auch geil, die sieht gut aus Finde ich Ja Also ich finde Ich finde, eine neue Maus zu kaufen ist, finde ich Braucht man nicht meiner Meinung nach Also Ich fänd's besser, also wenn jetzt Ich hab' so ne ganz normale jetzt So ne Ersatzmaus Doch Also ohne DPI-Verstellung oder so Aber bisher läuft's ganz gut Aber Natürlich, wenn man das verstellen kann, dann Ist es natürlich besser Ja Alter, mach's gut Ja Ja Alter, was geht denn jetzt ab hier im Multiplayer? Der hat grad geleckt Komisch Ja, ne Ja, fick dein Mutter, ey, ich hab' dich trotzdem noch getroffen, ey Boah Boah Ich würd auch immer gern ein bisschen snipern, snipern tue ich irgendwie voll gerne Das macht fahren Ja Am Flughafen macht zum meisten Spaß Muss ich auch noch in Far Cry 3 machen, muss mir mal ne Sniper zulegen Da kann man auch Bogen schießen und alles, voll witzig Lulz Oh, da sind Sniperer Warum versteckt es sich überhaupt? Wie knapp's immer ist Ich hör' so, das Pfeifen, also Yo So pft Aber leider trifft nicht keiner Ja Zum Glück eher Ja, ich hab' ihn trotzdem noch Ich auch Ich war der Erste Ja, mir egal Kann ich mir jemanden kicken? Mir auch Kann man jemanden die ganzen Mongos kicken, die nicht zu uns gehören, danke Ich war der Erste Den Prinz-Diagramm auch Prinz-Diagramm Ein Name Dieser Random-Namen von Windows Live Ja, hab' ich auch Volle Camper, Alter Arschloch Ich hab' auch Randy Ja, aber Aber mich hat noch nie gestört, irgendwie der Name, ich find' den okay Der hört sich witzig an Ratte-Rekiz 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 Der hört sich so kindisch an Ja, irgendwie Korsi, bitte kurz nix machen, ich will kurz schauen, ich hab' noch so'n anderen Account Ah, da is' er, da is' er Okay, ich kill dich mal, okay? iPhone Nein, Fick Ja, ich schau's nicht wieder her Ich hatte auch so'n zweiten Windows Live-Account bei dem ich den Namen noch nicht geändert hab' Alter, wie triffst du mich? Du weiss ganz genau, dass ich da bin Du we- du- du wie- du weiss ganz genau, dass ich da bin Dass ich da bin Dass ich da bin Alter Ist ja unfähig, sich richtig zu verstecken Penner, jetzt lass' es mal Alter, noch ein Geht dir dieses Lieds am Ende von GTA V Vielmehr wenn man, äh, wenn auf die Freiheitsstatue gezumpft wird und das Lied, was dann kommt Das soll ich nicht hören Das ist cool Das ist cool So, jetzt Fuck it Natürlich, mit dem Schrotgeber hab' ich keine Chance, das wisst ihr ja Das ist ja bekanntlich Da will ich das versuchen jedes Mal Korsi, du nimmst jetzt nicht die Sniper die Bank Ich versuch's immer, aber Aber ich, ja, schaff's nie Ich bin halt schlecht Ab zu Sniper Hä, die krall ich mir Also, da hast du uns vorher doch nicht angelogen, dass du, äh, ja mit Trainer Von daher, dann passt's ja Da war doch, ja, da war doch ne Sniper, ich glaub's der ja jetzt Ich bin nicht behindert, ey Naja Naja, das, äh, das bezweifle ich Äh Ah, egal, ähm So, wo ist denn der? Wo wartet der, der liebe Sniperboy? Ich freu mich schon riesig auf dich Mein Rücken tut weh Ich hab ne blöde Sitz, weißt du, so ist besser Mann, jetzt muss ich hier wieder extra So weit laufen Manchmal, manchmal tut bei mir eigentlich, also wenn ich sitze mit meinem Arsch weh irgendwie Keine Ahnung, wie das geht Ja, das kenn ich Kauf dir einen besseren Sessel Ich hab nen Stuhl Ja, ich auch Ich hab auch Ich hab eigentlich auch nen Stuhl Aber, also ist halt so'n, so'n Rollstuhl Keine Ahnung, wie man die nennt Rollstuhl Rollstuhl Eigentlich wollte ich nicht Rollstuhl sagen, den, den ihr jetzt meint, sondern Einen rollenden Stuhl Wisst ihr? Aber gut Das war jetzt zweideutig Egal Oh Mann, was ich für ne Scheiße laber mal wieder Da kommt er Das ist mal ne Geschichte von meinem Lehrer erzählen, der ist Wir haben unseren Musiklehrer, der irgendwie, der macht nicht richtig unterricht Der erzählt eigentlich jede Stunde Du hast mich gesehen Geschichten von Team, Geschichten von zu Hause Google im Internet rum, wenn man fragt Ja, können sie uns mal das und das zeigen Ja, kann ich machen Reißt Witze Zum Beispiel erzählt von seiner Katze, die ihn gekratzt hat Und der deswegen überall total aufgeschwitzt war Als ob das jemand interessiert, ey Aber ich Nö, ich bin trotzdem flexibel Das, das er das erzählt Dann, äh Er wurde über von der Katze ge- kratzt und hat dann gesagt Also ich hab keine psychische Probleme, das war meine Katze So, ne Mann Hat alle, dass er alle gebügelt werden kann Der Kiege kickt, den Mal, ich hab denn vorher mit Head Headshots gegeben Und, der ist nichts passiert, er schießt Stieb, ich schaue Aber das schon oft gehört, alles klar So, ich suche mir jetzt mal Ja, ein Ort, wo ich gut snipern kann, aber ich finde gerade keinen Ort, keinen gescheiten. Ah doch, 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 habe ich. Jetzt habe ich einen. Ah doch. Ah doch. Ja, jetzt habe ich es. Wie ich meine Stimme immer verstellen kann. Voll witzig. Ja, finde ich auch. Ja, finde ich auch. Ja. Ja, ja. Captain Morris kann es immer noch am besten. Captain Morris kann es immer noch am besten. Captain Morris kann es immer noch am besten. Der muss man auf YouTube schauen, der kann zum Beispiel Gronkh und so imitieren. Ist ja geil. Okay, werde ich auf jeden Fall mal anschauen. Wirklich nicht echt an. Kann auch Sarraza. Konorna. Sarraza. Oh Mann ey, diese blöde Ziel aus der Deckung ist total behindert. Ja, auf jeden Fall. Boah, wieso komme ich hier nicht hoch richtig, ey. Ich weiß gar nicht. Wo kann ich denn am besten snipern hier? Ich muss die gescheite Stelle finden. Die optimale. Mann, ich habe, oh, warum habe ich bei, bei, ähm, Dings, äh, spawnen auf weit gestellt? Spawn? Ja, das weiß ich auch nicht. Alter, hör dich die Mongos draußen, die total laut schreien. Nee. Gut so. Hä, wo meinst du draußen? Ja, vom Fenster. Lol. Da kam ich von hinten hinterrücks, hab ich dich gekillt. Ich spring ins Wasser. So, jetzt kommt der, ah, ich hole mir nochmal die Panzerfaust. Alter. Ja. Ja. Auf 100 Dollar. Oh Mann. Shit happens. Wieso? Jetzt killt er mich wahrscheinlich wieder. Guck. War doch klar. Er wartet direkt an diesen blöden Rohren und dann kommt er raus und zack. Na, 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 na Einheitsmaus. Wenn so eine billigmaus einem besser in der Hand liegt als eine teure, dann kann man damit auch besser zocken. Ich meine, auf die Präzision, das ist eigentlich eher nebensächlich. Das Wichtigste ist, dass du richtig in der Hand liegst. Penner! Ja, da hast du recht, iPhone. Die muss gut in der Hand liegen. Alter! Und die Sharkoon Fireclider, die sitzt richtig gut in der Hand. Die ist richtig geil. Die hat auch Gewicht und so drin, aber die benutze ich eh nicht. Ich lasse die immer drin. Ich hab zwei von denen raus, weil sonst ist es zu schwer. So. Ah, jetzt werde ich euch snipern. Keiner wird mich kriegen, Leute. Euch? Ich sag schon wieder euch. Ich denke immer, wir spielen gegeneinander. Ja, ich weiß auch nicht. Alter, dort ist ein Vorteil. Dort ist eine Schutzweste gehabt. Oh, klar, ich kann die Ägypten schon. So, Korsil. Ich wünsche dir viel Glück. Beim Sterben. Weil jetzt bist du gleich dran, mein Freund. Du weißt, wo ich bin. Guck! Guck ihn dir an! Ich seh dich nämlich, aber du mich nicht. Das ist das Witzige. Wir müssen mal da rein zu diesem in die Bootswerft. Da drin ist es nice. Jetzt verpiss dich, Alter. Nein! Fuck, jetzt hab ich nicht richtig steuern können, ey. Nein! Nee, ich hab W und A gedrückt und dann lief der einfach mal nach rechts, obwohl es ja eigentlich links ist. Ja, das ist immer so blöd. Das war mein Tod. Oh, nee, ey. Warum hab ich nicht in der Nähe keinen M4, ey. Dann könnte ich mit euch alle abballern. Ich probier's jetzt nochmal. Ein neuer Versuch. Wird gestartet. Oh, Korsil wird sowas von gewinnen mal wieder. Das nervt. Ja, jetzt erwischt er mich gleich wieder. Wahrscheinlich. Guck da, wie er schon steht. Wie er da schon steht, Alter. Und mich abknallen will. Guck, wie er... Korsil wird hundertprozentig. Penner. Habo, Alter. Wie ich abging. Ich hab nicht mal richtig geballert. Weißt du, ich hab dich nicht getroffen richtig. Alter, was war das denn für ein Bug, Alter. Du warst auf der Leiter, ne? So. Ich baller auf dich. Dann, dann, dann könntest du schießen, Alter. Stimmt nicht. Ich war schon, äh, nach der Leiter. Das war doch klar, das war eine Backer wahrscheinlich. Ich war nämlich schon oben. Ich glaub einfach, Korsils Spiels irgendwie weniger verbackt. So. Okay. Ja, ich hab ich... Oder eine bessere Internetleitung. Das glaub ich nicht. Seine muss schlechter sein, weil es ja bei Mia synchron war. Boah! Weil ich sag ja nur, 32.000er Leitungen spricht für sich. Aber halt leider nicht so viel Upload. Ich hätte gern mehr. Dann würden die Uploads auch schneller gehen. So 10 Minuten für ein Upload ist optimal. Komm schon. 9, 9 Sekunden. Komm, ein Kill noch. Ich wollte da nicht hin. So. Okay, Leute. Vielen Dank für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ja. Haut rein.